Ja komm, wo ist der Zug? Denkt an Ducken! Was, warum? Keine Ahnung, das war einfach nur so... Ich glaube, wenn wir hier im Zug sind, dann müssen wir uns nicht... Also ich glaub's... Ey, war ihm nicht schon mal so im Zug? Ich hab irgendwie diesen Flashback hier... Nee, nee, das war schon mal. Okay. Aber da waren hier, glaube ich, noch Gegner drin. Wenn man die Tür aufdr... Also gegen die Tür rennt und dann noch mal extra drücken muss. Ich würd hier einfach aufreißen, wenn ich gegenlaufe. Wir kriegen Sie, Simmons! Die nähe ich nicht. Rotes Kraut. Ah, da kann ich mir noch was basteln. Ach, da muss ich auf jeden Fall jetzt auch. So, bei 16. Mensch, damit könnte ich mich doch eigentlich erstmal ganz gut versorgen. Ich, äh, wirf schon mal wieder. Jetzt kommen hier noch ein paar Gegner langsam. Oh. Mein, mein, mein Behälter ist voll. Ich muss... heilen. Geil. Ah, okay. Du musst ja nicht alles in den Behälter packen, das ist ja nicht so... Ja, aber ich will. Ja, jetzt so. Ich hab's doch gesagt, das ist so... Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben. Tschüss, doll. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Auf dem Zug, wirklich. Bitte nicht. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft. Welche Frau? Die Verräterin Ada Warren. Wer weiß, was sie noch vorhat? Ein anderes Team sucht Sie. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was sie wollen? Sehen nach, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben... Jemand musste ihn stoppen! Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Ich bin dafür, dass er sich das vor den Zug schmeißt. Ich war echt nervös. Wie kannst du mir das an tun? Er schießt! Oh, shit. Warum hat der Muskeln bekommen? Hat er sich in einen Löwen verwandelt? Ich hätte sie ja mit dem Nashorn verglichen, aber okay. Okay, Tee-Gas. Boah, ist nicht dein Ernst hier. Ups. Ja, lad mal bitte nach. Die können nicht weg. Ah, guck mal. Ja, genau. Ah, mal wieder nachgeladen. Ach, du bist da. Ich gehe. Scheiße, da war noch Stuff. Na ja. Hey, warte, ich ist gar nicht vorwärts ran. Wollt ich mich verarschen? Jupp. Vergiss nicht, hier immer schön erzudrücken, während du läufst. Verdammt! Ich krieg die Tür nicht auf. Die Tür geht nicht auf. Scheiße. Hätten wir ihn doch bekämpfen müssen? Oh, da kommt der, oder? Nee, er ist oben. Ja. Oh, shit. Nee, echt nicht raus? Keine Ahnung, ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Ist da fullen? Ah! Oh, shit. Ist der hinter mir? Nee, er ist immer noch oben. Was? Ah, okay. Hä, verstehe ich nicht. Ich versuche nochmal, durch die Tür zu kommen. Okay. Ah, hier geht's hoch. Da geht's hoch? Hier, bei mir. Ach, du wirfst mich da hoch und du läufst dann ans ganz andere Ende und gehst dann... Oder wie? Warum mache ich das von der falschen Seite? Na, warte, warte, passt schon. Na gut. Ach, schön. Oh, warte, 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 ich kann dir noch hochhelfen. Oder? Leon, na los! Ja. Leon, komm her! Endlich mal! Warum hat sie es sonst nie gemacht? Das frage ich mich aber auch. Aber wir sollen von zwei Seiten kämpfen? Ja, irgendwie. Oh, oh, was macht der da? Oh, ein Heilspray! Oh mein Gott! Was soll man das noch erleben da? Was machen wir jetzt hier eigentlich gerade, frage ich mich. So, warte, er ist jetzt... Ich dachte, wir greifen vielleicht von zwei Seiten. Ich wusste nicht, dass du mir folgst. Naja, egal. Achso. Sorry. Ah, passt schon. Guck mal, kann ich wieder an ihm vorbeirennen jetzt? Ja, okay. Oh, verdammt. Ist nicht schön, wenn der Zug so wackelt. Was soll ich? Oh, shit. Ich darf noch ein Stück. Also, auch wenn wir jetzt von zwei Seiten schießen, weiß ich nicht, wie lange das jetzt noch gehen soll. Oh, ich bin ordentlich aufs Maul. Oh yeah. Haha. Ups. Zu früh gefallen. Und schon wird wieder menschlich. Ich glaube, das ist so ne... Menschlich? Ja. Menschlich? Menschlich, ja. Aber wenn nicht menschlich. So kann ich jetzt wieder reinrennen. War's das? Was? Ach, als ob. Ach, der schickle ich wieder um. Kommt schon, Leute. Seid nicht so naiv. Oh, Leon. Ne. Ich veröffne einen anderen Zug mit. Leon, das ist nicht okay. Schön. Oh yeah. Steht auf mich. Wieso kann er gefühlt gar nicht rennen hier? Oh nein, riecht das groß. Oh. What the fuck? Der ist gerade einfach verschwunden. Oh shit. Der rennt neben dem Zug her. Ja, schnell genug ist er. Yeah. Na klar, jetzt schießt er auch noch, oder wie? Ich hab mich immer gefreut, dass es so Gegner nie geschossen haben. Naja, nie. 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 Kannst du überhaupt noch irgendwas zielen? Siehst du nicht das Brotow, was da markiert ist? Einfach da drauf. Deckung, würde ich sagen. Au. Wie nimmt man eine Deckung? Achso. Geht man nicht in Deckung? Ich bin einfach in die Seite da. Wow. Was ein Kampf. Äh, stand ich doch nicht gerade noch? Ja, das denke ich mir. Oh fuck. Ja. Shit. Ich hab auch das bei T gedrückt. Aber ich bin nicht gefallen. Ich hab's eigentlich gedrückt, aber okay. Vielleicht hab ich auch R und Leer drückt und ich Leertaste und R. Oh Gott. So und... Ach. Oh Gott. Naja, dann geh ich wenigstens in Deckung, wenn er schießt. Naja, zumindest kann er uns dann nicht mehr anzeigen, sag ich jetzt mal. Ja, das ist ja optimistisch. Achso, nachladen. Oh, oh oh. Steckung. Okay. Gerade noch Leertaste gedrückt, ne? Das geht wieder von hinten. Das geht wieder von hinten. Das hast du eh an. Ja. Na, nicht nochmal? Oh, wir können ja gar nicht mehr laufen. Ja, das ist der R? Oh. Das find ich nicht so gut. Aber warum fährt der Zug dann noch? Oh, shit. Was sollen wir denn machen? Wer kann? Ha. Gut. Doch das MG genommen. Das MG, die MG, mein Gott. Die MG. Machine Gun. Ja, du bist echt super eklig. Er saftet. Aber echt. Er saftet ja auch gerade. Ich will's wirklich gar nicht wissen. Schlimmer kann's nicht werden, oder? Hm. Doch. Da. Da. Ah. Ist klar, ne? Wie so ne coole Socke. Einfach stehen geblieben, auch. Ich hab mich voll ganz oft nicht verlassen. Nochmal schießen. Nochmal schießen. Haha. Dau. Meine Familie hat mich verraten. Ach, jetzt so. Wow. Oh, heute kann der Quick-Time-Events. Oh, ja, ja. Oh, ja. Springen und fucking so ne, so ne Strebe gekrat. Ach, das wär so gut gewesen. Tuckack. Tuckack, 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 Tuckack. Vor allem explodiert der Helikopter nicht. Wer noch lebt. Oh. Sieht sich gar nicht gut an. Oh, wir sind voll verletzt. Ist es vorbei? Natürlich nie. Hat der gerade, obwohl er gesprochen hat, nebenbei dieses gestöhnt? Ja! Ich dachte erst so, ja komm, wir werden es schon wieder empfie- Lasst euch ruhig Zeit, ey! Es gibt dir keine Anzeichen für eine C-Virus-Infektion. Ich mag es, wenn der stöhnt. Hat sich so behindert an. So männlich behindert. Ach, ja. Es gibt noch Überlebende. Juhu. Ist es vorbei? Ja. Es ist vorbei. Oh, nööööö. Geht natürlich alles noch, wir waren nicht im Wasser, nein. Moment mal. Moment mal. Moment mal, der Schlüssel um den C-Virus zu stoppen. Es ist... Jake. Können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Oh shit. Okay, ich hab an den Chris Redfield dran. Ich stell sie zum Flugzeug durch. Ich klinge immer so hysterisch. 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 Oh shit. So ist letztens neu... So. Oi! Ordentlich! Also ich würde sagen, wir sind beide gleich... kackig? Äh, ja. Natürlich auch. War mir keine Gegner dieses Kapitel? Wieso? Ich hab' 20 umgebrachte? Was hast du denn gemacht? Keine Ahnung. Ja. Ja, stimmt schon. Vor allem meine Frage, wie immer, wenn die sich ja eigentlich auffressen, wieso gibt es dann immer so viele von denen? Ähm, die fressen sich an und dann laufen sie weiter. Okay, gut. Das ist wie auf so einem Streetfood-Festival. Du schnappst dir ein bisschen was, dann gehst du am nächsten, dass du immer nur so kleine Portionen weißt. Okay, hört sich gut an. So, endlich kann ich meinen Schusswaffenschaden erhöhen. Ach, ich nicht. Ich kann nicht so. So, Stufe 2. Ja, mir fehlen noch vier Kampagnen und dann geht's wieder hoch. Oh, bei mir drei halt. Ich hab mir halt leider diese ruhige Hand geholt. Vielleicht könnte ich ja statt den Gegenständen verwenden. Ja doch, ich glaub, das mach ich mal. So, fürs nächste Mal dann. Und ja, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.